Mein Vater sagte, sobald Blut im Wasser ist, gibt es keine Hoffnung mehr. Und er hatte Recht. Ich möchte euch allen danken, dass ihr euch für dieses Wahlfach Meereskunde eingeschrieben habt. Wie ich hörte, war dein Vater ein ziemlich berühmter Meeresforscher. Meereskunde scheint cool zu sein. Und schreib über deinen Vater. Das wird dir wirklich helfen. Mein Dad kommt wahrscheinlich nie zurück. Laut Gerüchten wurde er verhext. Seltsam. An was kannst du dich erinnern? An einen Hai. An einen weißen Hai. Unglaublich groß. Ich weiß, dass du Superkräfte hast. Ich hab Angst. Ich mach meinen Mund auf und sage, ah. Das klingt gut. Wacken 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 Untertitelung des ZDF, 2020